Ich rufe als erstes in die blaue Ecke aus Deutschland, Marco Hengster. Ich rufe seinen Gegner in die rote Ecke, ebenfalls aus Deutschland, Mr. Eisenschädel, Alex Fruegel. Ich kann Ihnen beide Kämpfe vorstellen. In der blauen Ecke, 28 Jahre alt, 1,72 Meter groß, gewogen mit 71,9 Kilogramm. Er wird heute Abend betreut durch Michael Dumber. Bisher 43 Kämpfe, 31 Siege, 10 wendet er vorzeitig durch Knock-Off. Er ist amtierender Deutscher Meister in Muay Thai von den Thai-Bongs in Mannheim. Marco Hengster. Sein Gegenüber in der Rotmecke, 30 Jahre alt, 1,77 Meter groß, gewogen mit 68,3 Kilogramm. Er wird heute betreut durch Mark Vogel. Bisher 84 Kämpfe, 70 Siege, 34 wendet er vorzeitig durch Knock-Off. Er ist amtierender Weltmeister nach Version der BOE und nach Version der IKBO. Vom Team Vogel aus Duisburg, Mr. Eisenschädel, Alex Vogel. Rundfall zur ersten Runde, Round 1. Rundfallin. Jawohl, genau so. Jawohl, genau so Operchte. Machen wir ja auch eine Kick drin gewesen. �öön machen. Jawohl, komm. Komm, da wäre noch ein Kick drin gewesen, oh jetzt habe ich faust Fuß, ey, und Kickabschluss. Kickabschluss, komm, außen, bewegt dich wieder, ey, komm, du musst dich bewegen, selber machen, außen, eins, zwei, komm. Komm, 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 komm und jetzt nicht zu lang warten und die antwort und knie selber machen markus erste knie muss von dir sein kick abschluss und knie machen und rechtes knie kommt noch 60 noch mal ja noch mal klare akzent du ja noch mal du Das ist ein Japaner. Komm Marco, geh, 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 geh. Ey, jawoll, aber kein. Genau so, wohl. Und jetzt noch mal, komm, ey, ey. Kick ab zu uns. Bleib dran, bleib dran, nicht zurückgehen. Sehr gut. Sehr gut. Komm, du, und jetzt zu. Jawoll, genau. Und Kli. Jawoll. Jawoll. Alles, enge bleiben, entfageln. Wo ist der Kick? Wo ist der Kick? Da fehlt der Kick. Ey, jawoll, nochmal. Und jetzt gehst du rum. Jawoll, jawoll, jawoll. Und noch eine Aktion. Nochmal eine Aktion. Nochmal eine Aktion, komm. Noch eine, komm. Ey, jawoll, gut, gut, gut. Bleib dran, bleib dran. Kick ab zu uns. Weiter, weiter, bleib dran, genau so. Genau so, genau so. Auf die, stopp. Stopp. Genau so, weiter, 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 weiter. Kick ab zu uns, komm. Jawoll, genau. Auf rechts, links, links, links. Komm, Radius, schneller noch. Ey, und Kick ab zu uns. Komm, 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 komm. Komm, ey. Hopp. Ein Hörer der erste Runde. Und recht frei für die zweite Runde. Brow 2. Ich kann mal direkt anfangen. Komm, Marco. Ich kann direkt anfangen. Gar nicht warten. Ich bin jetzt an der Pause. Und wir bleiben die Kölschel. Stopp. Hey, jawoll. Stopp, stopp. Einziehen und lösen. Falt! Komm! Ey, 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 jawohl! Wo bleibt der Kick? Kick! Kick! Ey, jawohl, schönes Kick! Jawohl! Immer oben drüber! Ey, ey, jawohl! Und jetzt gehst du, Marco! Komm, raus und geh! Links und fährst, Alex! Komm, Marco, kämpfe jetzt! Scheiß drauf, mach! Und Kick! Jawohl! Wo bleibt der Kick, Marco? Komm! Und jetzt du! Kick! Bring in den Kick! Alex, und wenn er die Arme runterlegt, dann gehst du oben so. Jawohl, genau so! Sehr gut! Komm, Marco, antworten! Du musst mitgehen! Geh mit! Jawohl! Du gehst! Immer wieder die Abschluss! Ey, jawohl! Nochmal! Du gehst mit! Jawohl, gut so! Wegdrücken, wegdrücken! Machst du sehr gut, Alex! Komm, Marco, du musst gehen! Kick! Und in den Außen gehen! Ey, und Kickabschluss! Nochmal! Ey! 1, 2, 1, 2, 3! Du musst! Ey, Kickabschluss, Marco! Kickabschluss! Jawohl! Komm, Marco, Marco! Komm, komm! Du, du, du! Und dann in den! 1, 2! Ganz einfach! Führe, halb Kick! Komm! Du, du! Du! Ey, ey, Kick! Da fehlt der Kick! Ey! Marco, da fehlt der Kick! Jawohl! Komm! Faust Fuß jetzt! Du! Komm, Marco! Schlag! Faust Fuß! Ey! Faust Fuß! Ey! Faust Fuß! Komm, Marco! Komm, Marco! Du musst gehen, Marco! Komm! Ey, ey, ey! Kick! Let no boxen! Komm! Kicken! 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 Komm, du! Ey! Komm, Marco! Ey, ey! Kick! 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 2, 2! Marco, mit Kick abschließen! Kickabschluss, Marco! Kickabschluss! Jack, 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 Jack! Ey! Du, du! Ey, ey, ey! 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 Marco, weiter! Kämpft jetzt! Mach du Druck jetzt, Marco! Guck! Kämpfen! Kämpfen! Ey, ey! Kämpfen! Komm, Marco, weiter! Jawohl! Mach's los! Komm, du! Ey! Wegschieben! Ja! Ab! Ja! Und dann Arbeit! Schnell wegschieben, Arbeit! Du! Komm! Jawohl, genauso! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Marco! Jawohl! Jawohl, Marco! Marco, du musst jetzt gehen! Ey! Aktion! 1, 2, 3! Komm, du! Ey! Komm, du! In der zweiten Runde! Er kommt! Also, der nächste Runde! Er kommt! In der dritten Runde! Naos 3! Jetzt! Sicherstehen! Einser! Komm! 1, 2! Ja! Komm, komm, aber! Jawohl, genau! Du! Komm! 1, 2, 1, 2, 3! Jawohl, genau so! Komm, du! Komm, du! Wanns muss! Hey! Wanns muss! Komm, du! Ey! 1.1.2 Du jetzt! Geh raus! Komm, Kanter! Hey, hey, hey! Du jetzt! Hey, hey! Komm! Knie jetzt! Knie! Marco, noch zwei Minuten! Noch zwei, komm! Ein Kick! Ein Kick! Außen! Außen! Außen, Marco! Ey, ey! Kick! Ey! Jawohl! Genau! Du jetzt! Ey, Kick! Komm! So muss kein Kick! Sehr gut! Du gehst! Nicht warten! 1, 2, 1, 3! Komm! 1, 2, Kick! Komm! Ey, ey! Komm! Weiter! Ey, ey, ey! Kick! Komm, Marco! Du jetzt! Ey, ey, ey! Letzte Minute! Komm! Du jetzt! Ey! Kick! Kick! Ey! Komm! Du jetzt! Ey! Du! 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 Und innen Kick! Und innen Kick! Und innen Kick! Komm jetzt zu, Marco! Karte! Und Faust Kick! Faust Kick! Ey! Komm! Nochmal! Ey! Ey! 30 Sekunden, Marco! Marco, nach 30! Jetzt! Gehen! Faust Kick! Kick! Go! Ey! Kick! Ey! Kick! Marco, Faust du es einfach! Für Haust Kick! Komm! 1, 2, Kick! Nochmal! Genau so! Komm! Ey! 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 Go! 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 Ey! Ja! Ja! Die Kampffächte haben entschieden. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Und er sei Teilnehmer am Finale, das später noch am Abend stattfinden wird. Aus der roten Ecke ist der Eisenschädel, Alex Huber!